Hallo meine Freunde und damit willkommen zu einer neuen Runde Ender Games Runde Challenge und ich habe einen Löffel auf meiner Nase seht ihr ich kann es wieder und ich habe schon wieder vergessen okay ich bin green und ich zocke minecraft aber auch andere Sachen die findet ihr unter www.lecht-informationen-über-green-chaos-mfg-hdfgl.net.de was ich schon wieder alter es wird echt eine scheißrunde das ist immer so wenn ich laber nein wenn ich laber mache ich eigentlich die geilste habe ich sehr gut hingekriegt auf jeden fall das hier naja wie dem auch sein ich krafte mir den staff den ich haben will hier schwert eisenboot ja das war auf jeden fall sehr schlau boots zu craften die ich schon hatte ja ich werde mir sowieso jetzt nicht die eisenboots anziehen weil hier habe ich Wasserläufer drauf das wärs dumm och man jetzt warte ich halt hier ohne köder köder alle was ich kann ja klar ein full iron dude ist okay ja die haben natürlich den start genutzt nicht wie ich ne ich voll spaß die ich hatte nicht die wasserläufer schuhe an genau das ist so das problem dass ich manchmal habe wenn ich diese taktige fahrer ja also ob du schneller besser als ich alter ich bin im wasser so schnell wie wenn du speed hättest oder ich glaube er ist känguru damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet aber egal hat er gereicht auch wenn es knapp werden könnte in so einem engen fluss darf einfach nicht aus dem wasser gegen einen känguru das wäre sehr riskant war dann nicht noch ein spieler da ist nein 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 okay aber ich bin immer noch im selben place und ich komme nicht dazu sachen zu looten das ist gerade echt bisschen bescheuert wenn ich das mal so sagen darf so aber jetzt habe ich wieder ein bisschen anderes zeug und kam hier ins wasser perfekt perfekt der andere kommen mit ender perlen nach recht heftig der match der so kraft klack okay das heißt ich habe bock zu feiten in der theorie auch ich habe aber auf jeden fall wieder ein bisschen was an staff gekriegt das ist wunderbar kleine angst du kleine hase du solltest aufhören mir angst zu machen das ist gerade echt hinderlich gut sobald ich geportet werden müssen weg hoffe ich mal werde ich auf jeden fall was kraften hier kraft ich jetzt auf jeden fall nicht weil ich gerade sagen wollte ich werde jetzt gleich geportet ja also ziemlich doof gewinnt so erst mal ich mache ich mache 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 soll ich ich kann gut dann mache ich mir hier auf jeden fall eine eisenbrust ich hätte mir jetzt auch überlegen können gold hell machen und dann allerdings aber egal ich habe mich jetzt so entschieden weil den helm habe ich schnell gemacht mal da brauche ich noch ein bisschen was an gold weil ohne helm sieht es natürlich immer noch nicht so geil aus aber rüstungspunkte technik guck mal hat sich schon bewährt da habe ich keine rüstung challenge mr irgendwas na du bist der dude der mich vorhin verfolgt hat er ist känguru ich habe dummerweise kein bohr er dürfte echt low sein ich habe ihn ein paar mal gut gehittet er kann nicht mehr springen sein doppelchamp hilft scheinbar nichts mehr oh fuck das ist mir gerade echt ein bisschen zu blöd hier komm 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 bitte 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 er geht halt jetzt schon wieder auch auf mich war ein bisschen doof dass ich ihn angegriffen habe aber was hätte ich machen sollen den anderen lassen oh nice er ist delphin okay delphin ist gerade echt hinderlich als tintenfisch zumindest wenn ich diesen aspekt betrachte ähm ja aber ich habe natürlich immer noch die bleibness die ich effektiv machen kann so jetzt erst mal aber regnen erst mal ganz stark regnen dank der regeneration wäre jetzt echt hammer diese blöden hasen ich die hasse manchmal okay ich habe eine goldhose ne das heißt ich habe keine wirklich bei mir okay das ist doof meine wasserläufer schule die machen halt einfach dummerweise nur oder bezeugen halt einfach ja mein gott endlich endlich einen feiler habe ich auch eine gute zahl auf jeden fall wie gesagt meine wasserläufer schule kann ich leider nicht auf die eisenboots übertragen das ist halt so eine sache ähm die finde ich noch ein bisschen schade fände ich auch ziemlich op wenn es möglich wäre gebe ich offen zu ist auch relativ op glaube ich oder wäre relativ op oh ne 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 ich bin mir jetzt gerade bisschen zu low wenn ich das mal so sagen kann oh oh na toll na toll alter was war das schon wieder für eine behinderte situation ich habe einfach nie glück in letzter zeit ah man leute das ist gerade echt mega behindert gewesen da kann man nicht mehr viel machen in so einer behinderten situation nächstes mal nehme ich wieder teleporter damit reiß ich genau solche situationen richtig gut raus aber heute war es mal wieder glück technisch einfach nicht drinnen trotzdem hoffe ich euch hat die folge gefallen wenn ja dann würde ich mich natürlich über einen daumen nach oben freuen bis zum nächsten mal haut rein und bleibt sauer bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal